Hi Leute, willkommen zur ersten RideChiller Session Number One. Genau, um das ganze Format mal kurz zu erklären. Es geht eigentlich darum, dass wir eine richtig geile Zeit auf dem Fahrrad haben, richtig coole Sessions fahren und richtig viel Spaß haben. Das soll sehr unterhaltend sein und wenig Gelaber. Wetter ist richtig geil, ich habe richtig Bock. Let's go! Big RideChiller musical. Einfach Urknall mitbestellt, Alter. Ich glaube, das ist ein bisschen krummig. Der hat so gerumpelt, Handgelenke komplett einmal eingestaucht. My daddy was a gambling man with no strategy. Who gives a shit about him anymore? Guess we'll never really settle the score. Half the town's screaming out in vain. The other half is fake. But everybody's singing along. It's okay, we'll all soon be gone. Hey, what's the matter with the bright red lights? Hey, in the moment we're the world blind. Fliegenbären. Let's go! Let's go! Go! Oh! Woo! 30.000 Mal probiert, ich kann nicht mehr einfach GoPro gehen so zerstört. 100.000 Mal probiert, ich kann nicht mehr einfach aufgehen. Musik 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 It go, joy days, long nights We be gone till the morgue Yeah' they lovin' all lies Ony' when I put it on Hallways, porch lights Gotta keep the evil off Oh me, oh my, I just be like Pookie 10 rose lips in a VIP, we don't do lines, didn't need a glow Cause we always been the cool guys, beach tent Cooler with the drinks and the blue skies, Ray-Bans Fuckin' love like effin', though it's all mine It's all mine, yeah that thing is all mine Lil' Betty and she nasty, yeah that girl is all mine Ay, ay, it's all mine, yeah that thing is all mine Turned into a booming operation, yeah in no time Ay, went from middle class to upper damp Now we livin' like a rap, pump me just, man, you know, truck check Schwesternack Hey, guys Hey, guys Hey, guys Ellie I love you Ja, das war's von der ersten Session Ride Chillers. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir gerne ein Like da. Würde mich freuen. Vielleicht so eine neue Richtung, aber vielleicht auch ganz cool. Und besser als dieses ganze Ansagen und machen, Trickansagen machen und so. Ja, genau, dann war's das von dem Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.